so jetzt geht's los haben wir mal eben zum hotel karat ist dahin springt darüber wir fahren mal dahin ja da ist irgendwas ich fahr mal dahin ist dahinten das hotel wir gucken uns das mal an hier ist das so viel körper hier ist Ich habe einen, ich habe einen Wagen gebetetet! Listo, Jego! Was ist das? ich kann den anderen auch nicht suchen alter jetzt weit dabei egal weiter polizkapital rettet die geisel leute ich lade nach nicht viel dabei wir gehen mal rein ganz ruhig ganz ruhig wie viel noch ich weiß dass noch jemand hätte die geisel wo zum geier soll die sein ich muss die mal durchsuchen hier die haben alle nur das selbe dabei das hat hier viele punkte da geht die türe auf ganz ruhig immer mit dem maschinengewehr ich habe bloß noch keins da kann ich mit bauern immer mit wir schauen weiter da ist wieder jemand drin poliz kapitel ja alle besuchen wir haben uns auch die schrotflinte dabei das ist aber auch mit der schrotflinte über alles mit jungen weiß hier los und er hat auch noch munition wir gehen weiter rettet die geisel da ist einer auch schon blöd da ist die geisel wir retten die gleich mal wo sie bei ja bleib locker ich bin leichter ich komme gleich zu dir ja ich komme doch ich lade nach komm doch bleib locker wir wersen jetzt operantkowe kriminelle westerstrukturen klawophista meno miano piockawka a ja madre hasiwac interior ministra terrori uovna maja eto jak sa ony znajać da madre drobny acz kryjówków atalok hurka swobodni meno my madre alarac a da ony podjet eto minitka ja klar befreut hurka mi madre alarac aha aus angst vor gerüchten seiner politischen rivalen beschließt kafka seine entführung zu vertuschen er droht dir dich aus zu beschuldigen und zwingt dich zum schlagen naja gut ok dann ist das ja ok ganz ehrlich ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher aber es war ok aber es war ok hier räum mal eben auf junge ja räum mal eben auf junge ja räum mal ja ich kann mich ausruhen das mach ich jetzt auch hm 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 h hm hm hw hallo ich guck mir mal dein auto an dann darf ich mal eben um ihre papiere bitten dann schauen wir mal nicht übereinstimmt auch wiedersehen da kann ich den schon nach hause schicken auch wieder sind ich will mich jetzt nicht lange auf ja ist so die bestimmung was soll ich machen war schön tschüss tschüss ob ich war das richtig das war schon richtig sagt der nächste bitte da haben wir schon zwei kaputte scheiben dann gibt mir schon mal gibt mir schon mal eben deine papiere da ist mir egal du hast auf jeden fall drei kaputte da kann ich schon mal machen zwei kaputte oder drei ich muss jetzt noch mal aber auf jeden fall ein ach und platten reifen oder auch ein kaput zwei kaputte scheiben und ein scheinwerfer ein kaputten scheinwerfer hatte cholera auf wiedersehen ich wünsche ihn wird man machen sie gut ja der tag ist scheiße aber auch immer ich hoffe dass das richtig war das ist gar nicht das richtig tschüss was ist denn jetzt habe ich jetzt schon wieder nicht gemacht ach da war noch eine fehlende stoßstange war noch ich weiß auch nicht das ist ich achte da nie so drauf das kann doch alles nicht wahr sein das kann doch alles nicht wahr sein nicht stehen bleiben wieder einer der abgehauen ist dann kann das nicht wahr sein ergreife den flüchtigen er ergreife ich jetzt weiter himmel dann ist der typ auf jeden fall wir holen wir uns jetzt das kann ja nicht wahr sein das kann ja nicht wahr sein nein nein ich kann da jetzt die stunden über die karte waren bleib stehen man das gibt es ja nicht habt ihr fast gehabt und gleich ja 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 und bringe ich jetzt gleich auch sofort weg wenn er da drin sitzt beträgt beträgt ja 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 und ja ja ich das ist ich ihr du Das war's für heute. Ich muss mal kurz auf eine Map gucken. Da unten bin ich. Kann ich ihn auch direkt zum Arbeitslager bringen, den Vogel. Tja, da kümmere ich mich irgendwann mal drum. Ich habe jetzt keine Zeit für. Einmal gucken auf eine Map. Okay, wir fahren jetzt einmal links. Und bring den Typen mal in den Knast. Ich hoffe, ich bin richtig hier. Vorne müsste gleich der Posten sein. Da ist das Karath Hotel. Da waren wir. Da vorne ist der Grenz Posten. Ach, geschafft! So, ich hole den Typen mal raus. Der kommt jetzt in die Kiste. Karl von der Kiste. So. Okay. Er ist im Gefängnis. Auf jeden Fall. Zack. Aber ich habe die Schmuggelklamotten ja nicht gekriegt, ne? Fällt mir gerade so auf. Hm. Na egal. Den haben wir auf jeden Fall auch. Jetzt brauchen wir noch den anderen noch. Ein fehlender Außenspiegel. Ein Kotflügel. Eine Stoßstange. Zwei Kotflügel. Junge. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut mir leid. Also my friend. Äh. Also da sehe ich schon mal. Zwei mal defekte Karosserie. Einen fehlenden Spiegel sehe ich. Eine fehlende Stoßstange sehe ich. Ja. Eine fehlende Stoßstange. Das sind schon vier Dinger. Das ist okay. Das ist auch okay. Aber. Na komm. Schick dir nach Hause. Komm. Ich schicke dich nach Hause hier. Wenn es falsch war, war es falsch. Tschüss. Doch. Ist so. Tschüss. Fahr mal. Fahr mal nach Hause, Junge. Junge. War es richtig? Ich hoffe es war richtig. Der Fahrer. Ja gut. Der Fahrer war sauber. Dann Auto war scheiße. Ah. Echt jetzt? Das habe ich alles gefunden. Aber der Fahrer war sauber. Na ja. Ist egal. Das war der letzte. Hahaha. Ja. Ich habe ja auch gar nicht überprüft. Muss ich sagen. Guten Tag. Äh. Bleibs überstehen. Hm. Geh mal deine Papiere, Junge. Hm. Dankeschön. Ich guck mal nach. Ja. Das ist okay. Ist auch okay. Ich bin da nicht fällig. Passt nochmal. Stimmt auch. 2,98. 2,98. 2,98. Dann wissen wir mal. Alter, der ist überladen. Alter, der ist überladen. Alter, der ist überladen. Spiegel hat er. Stoßstange hat er. Keine kaputten Dinger. Das stimmt auch. Äh. Ich überprüfe den gleich mal. Und da seid ihr dabei. Also macht's gut. Tschüss.